Die Questico Akademie. Wir haben jeden Tag eigentlich jetzt schon erklärt, worum es da geht. Es geht um Webinare. Sie müssen nicht auf Reisen gehen, sondern Sie können auch zu Hause ganz bequem vor dem Computer neue Sachen erfahren, erlernen. Und jemand, der Sie auch auf diese kurze Reise mitnehmen möchte, ist Nicola Alexandra Schuglowski, die ich jetzt via Skype mal wieder begrüße. Ich sage erst mal, schön, dass du heute wieder bei uns bist. Einen wunderschönen guten Tag, Andrea. Die Webinare, das ist auch für dich ein ganz großes Anliegen, denn auch du möchtest den Menschen im Grunde genommen helfen, wieder zu sich zu finden, wieder mit Kraft und Stärke durchs Leben zu gehen. Und hast auch ein paar Webinare eingestellt bei der Questico Akademie. Was bietest du denn demnächst an? Also neben meiner Ausbildung zum spirituellen Business Coach, die habe ich am Montag schon ausführlich vorgestellt, am vergangenen Montag, habe ich jetzt ein paar kleinere Dinge. Und zwar für all diejenigen, die sehr, sehr stark mit heilenden Energien arbeiten, Energien für das Wohlbefinden der Menschen, die wieder in ihre Mitte zu bringen. Es gibt mittlerweile Energien durch die Schwingungsfrequenz, Erhöhung der Erde im neuen Bewusstseinslevel. Und ich hatte da wirklich ein Geschenk aus den geistigen Ebenen bekommen und habe eine ganz, ganz neue Energie der neuen Generation heruntergechannelt. Das ist die Quantum Platinum Energy und ich werde natürlich diese Energie jetzt in einem Webinar auch vorstellen und diejenigen, die sagen, wow, das ist genau das, was ich möchte. Noch höhere Energien. Energien aus der Zeit direkt nach dem Urknall. Energien, die in einer Plasmastruktur dann auch auf der feinstofflichen Ebene die Nervenstränge und die DNA wieder restrukturieren. Für die habe ich am 22. März ein Webinar, wo ich diese Energie mit denjenigen, die dann teilnehmen, aktiviere. Das bedeutet, dieses Webinar ist im Grunde genommen ein Wohlfühl-Webinar. Es gibt ja Webinare, die einen weiterbilden. Es gibt Webinare, wo ich vielleicht einiges dazu lernen kann. Bei deinem Webinar klingt das aber eher so, als würde ich gestärkt da rausgehen, weil ich plötzlich einen Energieüberschuss fast schon bekommen kann. Aber selbstverständlich. Natürlich wird auch gelehrt, das Wissen über diese Energie ist sehr wichtig. Diese Energie hat eine Platinstruktur. Also es ist ein hochwissenschaftliches Webinar. Auch man erfährt sehr, sehr viel über den Ursprung der Erde, über den Ursprung der Materie. Aber selbstverständlich, wenn die Energie dann anfängt zu fließen, was meine lieben Kunden und Kundinnen ja auch in den Gesprächen mit mir hier bei Questico immer wieder feststellen, dann gibt es einen energetischen Knall. Dann gehen die Chakren auf, dann leuchtet der ganze Körper und dann gibt es eine riesige Energie. Selbstverständlich, Andrea. Und es passt ja gerade zu unserer Zeit, denn wir alle sind durch den Winter vielleicht ein bisschen energielos. Uns hat die Sonne gefehlt. Wir sind alle irgendwie, freuen uns jetzt auf den März, freuen uns auf den Frühling. Aber trotz allem merken wir, dass wir noch nicht so richtig in Schwung gekommen sind. Und da helfen manchmal wirklich solche Energieschübe jedem Einzelnen. Das ist fast so ein bisschen wie Sonnenlicht, das man pur dann zugestellt bekommt. Absolut. Und das möchte ich natürlich auch erreichen, dass alle mit viel, viel Schwung, mit den Energien der neuen Generation gestärkt, fröhlich in das Jahr gehen, in den Frühling gehen, in den Sommer gehen. Und das Tolle an dieser Energie ist natürlich, da ist direkt eine Weitergabeberechtigung mit dabei. Das heißt, diejenigen, die schon spirituell arbeiten und sagen, wow, ich möchte mich jetzt auch noch mal energetisch so richtig wohlfühlen und so einen richtigen Schub bekommen, die können das gleich ihren Kunden und Klientinnen in den Praxen oder bei ihrer Tätigkeit, wenn die auch beratend ist, weitergeben. Wer mehr Informationen natürlich dazu haben will, der geht einfach mal bei unserem Partner Questico auf die Internetseite und schaut in der Questico Akademie vorbei. Denn da bist du natürlich auch vertreten und da kriegt man viel mehr Informationen über die Webinare, die demnächst anstehen. Ist ja nicht das einzige Webinar, das du anbietest, sondern es gibt noch einige mehr. Das ist richtig. Ich habe zum Beispiel eine ganz, ganz neue Art des Familienstellens entwickelt und mir dann auch gedacht, Mensch, das kannst du jetzt mal nicht nur im Präsenzseminar in deinem eigenen Institut anbieten, sondern jetzt auch in der Questico Akademie, nennt sich beziehungsweise Family, das sogenannte universelle Familienstellen, sehr heiter, sehr humorvoll, mit einem Augenswinkern für sich selbst und auf eine ganz neue Art. Es geht also nicht mehr darum, in die alten Familienstrukturen hineinzuschauen, oh, was hat mein Papa Böses gemacht, was hat meine Mama Böses gemacht, sondern es geht darum, wie entwickeln sich diese Strukturen jetzt genau im eigenen Umfeld, wie kann ich die verändern und dann ist es natürlich manchmal mit einem totalen Lächeln verbunden, wenn man da drauf kommt, dass dann zum Beispiel die Bäckersfrau, die einem die Brötchen gibt, dann in der Struktur der Mutter von früher mit einem spricht. Also man wird einige... Und dieses heitere Familienstellen bzw. Family, das biete ich auch am 22. März an und zu einem absoluten Sonderspitzen-Einführungspreis in der Questico Akademie, eine Stunde am nächsten Sonntagmittag für nur 39 Euro. Da kann man wirklich nicht meckern und das Schöne ist, man kann sich erstmal Energie holen, dann kann man noch eine Weiterbildung machen und das Ganze auf eine sehr humorvolle, energetisch gute Art und Weise, wie wir sie von dir kennen, Nikola Alexandra Schokolowski. Wer in der Zwischenzeit natürlich mit dir Kontakt aufnehmen möchte, kann das ebenfalls tun über unseren Partner Questico. Und ich sage erstmal herzlichen Dank, alles Liebe und viel Energie auch für dich, aber du bist ja die Frau, die die Energie lieber weitergibt. Genau, also alles Liebe nach Berlin, Andrea. Ich danke dir, Nikola Alexandra Schokolowski. Über die Questico Akademie können Sie natürlich mit ihr Kontakt aufnehmen.